Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3656 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir haben den Fußball immer dabei und spielen gerne nach der Schule. Wir haben den Fußball immer dabei und spielen gerne nach der Schule. Bei unserem gemeinsamen Treffen haben wir angeregt diskutiert und viel gelacht. Kann ich Oma mit diesem alten Telefon anrufen? Kann ich Oma mit diesem alten Telefon anrufen? Frieda hat mir erzählt, dass du eine neue Küchenmaschine hast. Frieda hat mir erzählt, dass du eine neue Küchenmaschine hast. Frieda hat mir erzählt, dass du eine neue Küchenmaschine hast. Wir warten gemeinsam vor dem Hotelaufzug. Wir warten gemeinsam vor dem Hotelaufzug. Wir warten gemeinsam vor dem Hotelaufzug. Wir haben nicht viel Zeit, aber wir sind alle überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen können. Wir haben nicht viel Zeit, aber wir sind alle überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen können. Wir haben nicht viel Zeit, aber wir haben nicht viel Zeit, aber wir sind alle überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen können. Ich habe heute Abend ein Treffen vereinbart. Ich habe heute Abend ein Treffen vereinbart. Was hältst du von dieser kleinen elektrischen Nähmaschine? Was hältst du von dieser kleinen elektrischen Nähmaschine? Was hältst du von dieser kleinen elektrischen Nähmaschine? Das Eichhörnchen sitzt auf dem Boden und frisst eine Nuss. Ich suche Pilze im Wald. Mein Korb ist fast voll. Ich suche Pilze im Wald. Mein Korb ist fast voll. Ich suche Pilze im Wald. Mein Korb ist fast voll. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe wieder so viele Nachrichten bekommen. Ich habe keine Zeit, alle zu beantworten. Ich habe wieder so viele Nachrichten bekommen. Ich habe keine Zeit, alle zu beantworten. Ich habe wieder so viele Nachrichten bekommen. Ich habe keine Zeit, alle zu beantworten. Es ist schon lange Tradition, dass wir uns sonntags mit der ganzen Familie zum Mittagessen treffen. Es ist schon lange Tradition, dass wir uns sonntags mit der ganzen Familie zum Mittagessen treffen. Leider lassen viele Designer ihre Kollektion für den Laufsteg in nur einer kleinen Kleidergröße produzieren. Leider lassen viele Designer ihre Kollektion für den Laufsteg in nur einer kleinen Kleidergröße produzieren. Mein Aussehen soll ganz natürlich bleiben, deshalb verändere ich nichts an meinem Körper. Natürlich esse ich nicht nur Äpfel, aber ein Apfel hält definitiv gesund. Natürlich esse ich nicht nur Äpfel, aber ein Apfel hält definitiv gesund. Ich halte sie auf dem Laufenden mit Neuigkeiten aus aller Welt. Ich halte sie auf dem Laufenden mit Neuigkeiten aus aller Welt. Hier gibt es die aktuellsten Informationen. Wer hat dir die Tulpen geschenkt? Die Mannschaft spielt fantastisch. Wenn es so weiter geht, werden wir das Spiel heute gewinnen. Die Mannschaft spielt fantastisch. Wenn es so weiter geht, werden wir das Spiel heute gewinnen. Die Mannschaft spielt fantastisch. Wenn es so weitergeht, werden wir das Spiel heute gewinnen. Ich werde bald auf dem Trainingsplatz sein. Dort treffe ich meine Freunde. Der Zimmermann unserer Theatergruppe fertigte in seiner Freizeit einen goldenen Stuhl für den König an. Der Zimmermann unserer Theatergruppe fertigte in seiner Freizeit einen goldenen Stuhl für den König an. Der Münzexperte benutzt eine Schieblehre. Der Münzexperte benutzt eine Schieblehre. Der Münzexperte benutzt eine Schieblehre. Er hat versprochen, mich vom Flughafen abzuholen, aber auf ihn ist kein Verlass. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.